Was ist denn für Wasser? Jetzt kommen wir wieder zum Banditenlager. Südosten, Konfluxgebirge. Mir gehört aber Nordosten. Oder Südosten? Ne, Nordosten. Ist da Wasser, Neger? Ne. Warum rennst du ins Gebä... Nein, das Lager gehören wir nicht, wir gehören vorbei. Wo läufst du hin? Ich schlafe im Nordosten. Wo bist denn du überhaupt? Na, du läufst nicht im Lager. Du läufst nicht im Norden. Was ist denn du, Hulu? Ja, beim Lager. Ja. Du bist gleich verkehrt. Wieso ist das verkehrt? Ich bin weg. Wird dein Rema beim Lager vorbei? Hä? Wo bist denn du jetzt wieder? Ich bin recht lang. Ich renne links lang. Äh. 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 Was denn? Da sind die großen Käfer drin. Hm. Deswegen bin ich recht lang. Mir ist nix. Ja, ich komme ja schon wieder zurück. Oh man. Oh man. Einmal mit Profis hier. Oder? Oder Holo? Einmal mit Profis. Mhm. Wer Holo ein Profi? Der Holo hätte wohl schon längst durchgespielt. Was ist mein Sandwich? Alchemie. Ich hab ne Alchemieausrüstung. Und ich hab das Glühwürmchenpulver, was wir brauchen. Okay. Und ich hab du erst. Hm. Und ich bin überladen. Maximal. So jetzt bin ich rechts vorbei. Ich hab du äh. Schon kalt ist mir auch. Oh. Boah, das sieht aber schön aus. Was? Das sieht aber schön aus. Wer? Hm? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oh. Weit, 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 weit hinten. Und hab keine Ausdauer mehr. Und schluck auf. Was hab ich denn da? Was ist das? Na geh. Wer braucht das? Wo ist das? Amp-Stab. Was? Was? Tierhaut. Was willst du mit Amp? Was willst du mit Amp holen? Was haben wir? Was willst du mit Amp? Amp-Stab. Ah, den nennen wir. Südwesten, Westen Fendawel, nordwesten Dorf Ciresaw. Warum muss ich alles nehmen? Ich muss alles nehmen. Besuch kommt zu dir, hol du. Ja, 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 ja. Oh shit. er flüchtet du gleich warum du eine schnittwunde hast ich habe eine schnittwunde ja ich habe eine schnittwunde was machen wir da? gute frau äh was machen wir da? nordosten heilige simpel also ich bin jetzt in nordosten angelaunt die wäre in der wasserflasche ja ich komme für was habe ich den stab genommen das schaut ja beschissen aus weissrezept ich habe du weile reiße profiamt ah so geht es die erste ich gehe den stab den schmeiße ich wieder weg der ist unnötig wie du möchtest du möchtest du wirst auch ich blüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Was bricht? Du stirbst. Aber geh. Dann schmeiß doch was weg, wenn du überladen bist. Ja, was? Keine Ahnung. Weißt was, ich ess was. Kannst du auch? Und? Aber nicht das Fleisch. Das ist dann eine schlechte Lebensmittelvergiftung. Aha, das Fleisch muss halt das mal aber kochen. Und dafür brauchst du ein Lagerfeuer. Eben. Und für ein Lagerfeuer brauchst du drei Holz. Und ein hab ich auch. Ah, das Rohverzehrt möglicherweise krank gemacht. Mhm. Weg. Damit. Schmeiß weg. Abwerfen und das Fleisch? Auch. Auch. Ja, okay. Gut, jetzt bin ich nicht mehr überladen. Doch. Nee, ich huste. Ich huste. Ich glaube, du bist immer noch überladen. Was? Du bist immer noch überladen. Ja, ich weiß. Ja, weil ich krank bin. Aber ich habe ja noch ein Getränk. Das Manga. Manna. Manna, Manna. Manna, Manna. Manna, Manna. Manna, Manna. Manna, Manna. Manna. Warum bist du nicht überladen? Weiß nicht. Gibt's ja nicht. Naja, die kann 10 Kilo pfeifen drauf. Pfeif ich drauf. Aber ich kann laufen. Mhm. Das ist viel wert. Ich pfeif doch drauf, Olu. Bitte was? Ich pfeif doch drauf. Auf was? Ja, da hast du gesagt, pfeif doch drauf. Dann pfeif ich drauf. Ich kann Burtelbaum machen. Haha. Mhm. Nee, ich bin nicht schon wieder so ein Händl. Geh mal links. Links lang. Links lang. Da? Mhm. Links und wieder rechts. Ja, da ist das Händl, das Komöchen. Der muss ja nicht genau zu ihnen hingehen. Ah, ich hab keine Ausdauer mehr. Mhm. Ja, ich bin ja krank. Mhm. Und wie lange? Weiß ich nicht. Hab ich noch nicht geschaut. Ich huste. Du hustest? Mhm. Weil hast du kurzärmlich auch und ich langärmlich und ich bin krank und du nicht. Komisch. Sehr komisch. Ich bin zartbeseitet. Mhm. Du hustest. Zartbeseitet. Das ist aber schön. Mhm. 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 Es wäre halt schön, wenn ich jetzt einen Rucksack oder was finden würde. Oder so eine Tasche oder irgendwas. Dass ihr ein bisschen mitnehmen könnt. Aber eigentlich müsstest du dir das Spiel gar nicht kaufen müssen. Bitte was? Ja, eh nicht. Ja, aber wir spielen schon zu lange jetzt. Kann ich nicht mehr zurückgeben. Hahaha. Da bist du oder was? Ja, da vorne. Da drin liegt was für Dichterin. Da drin ist was für mich drin. Mhm. Was ist das denn? Was ist das denn? Eine Leiche. Öffnen. Einen alles Sack. Glaubst du, dass wir das, äh, dass wir da wärmer. Weiß ich nicht, wie wir alles. Die Kälte 3. Ich schau mal was, 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 was. Mach mir mal zu. Ich schau mal, zeigt mir da mein Gewand auch? Natürlich, aktuelle Ausrüstung. Widerstand Kälte 6. Widerstand Kälte 6? Wie hab ich denn eigentlich? Bitte? Das geht besser, gell? Ich hab Widerstand Wärme 15. Was? Und der Hut hat, äh... Widerstand 3? Widerstand Kälte 1. Also hab ich insgesamt 16 Widerstand. Deswegen wird mir das auch nicht kalt. Barbara Schwanz da? Bambambambam Bambambambambambambambambambambambambambambam basm da? Nöst nicht. 나 sicher, wenn ich 6 hab? Dann hab ich mehr. Ja, Mannes hat mehr. Bumm, bumm, lass liegen. Was? Dann lass liegen. Ja, ich hab nur das Wasser genommen. Dann noch irgendwas zum Hohl irgendwo? Nups. Ich bin noch immer überladen. Dann schmeiß ich. Ja, was soll ich wegschmeißen? Ich hab ja eh nix mehr. Dann nimm du die Silbermünzen. Jo. Aber du bist auch schon überladen, oder? Nö, noch nicht. Dann nimm du die Silbermünzen. Wir brauchen es eh nur einmal, ne? Die 150. Jupp. Die haben aber das Gewicht von einem, also das ist eh nicht so schlimm. Das stimmt. Das stimmt. Gesundheit. Okay. Vielleicht hab ich noch immer Übergewicht. Eingesammelt. Ich hab mir die Angst, oder? Kann das sein? Jetzt hab ich auch übergewicht. Bitte? Jetzt hab ich auch übergewicht. Ehh. Nochmal was? Nochmal was? Ähh. Willst du's haben, die Axt? Nö. Nö. Dann lass bleiben. Da hab ich selber. Da muss ich weiter überladen, rennen. Die Axt hab ich selber. Ja. Ja. Hab ich verstanden. Ey, come on. Ich bin in Echtigkeit auch krank. Nein. Warum nies ich dann immer? Weiß ich nicht. Gibt's da irgendwas zu holen? Wasser oder was? Nö. Da gibt's Wasser. Sag nicht nix. Salzwasser. Yes? Mh. Plus Wasser. Von mir steht da nix. Mh, yummy yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Jetzt auf Amerika. Du, yummy, yummy. Du, yummy, yummy. guck. Ja. Turut. Da sind die, die sind die sind. Da sind die, die sind die sind. Das wird benefic, die sind die sind die sind. Oder oder?